Oh, der arme Schnuggi kriegt's gerade ab. Gut, dass der so hundefest ist. Schnauzi, hey! Hey, 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 das ist zu doll! Leute, der ist ja ganz nass gesabbert jetzt. Oh, Mann, Mann, Mann. Ehrlich. Peggy, raus da! Steh doch nicht auf meine Astebe da rum! Ich krieg wirklich einen Schlaganfall hier. Armer Schnuggi, Mann, ne? Ja, Schnuggi, ne? Ja, leh, ich dich hin, das hast du dir jetzt echt verdient. Wie die Irren, ihr seid manchmal wirklich wie die Irren. Hä, Bruni, Nanni? Ich hoffe, ihr seid jetzt mal langsam ein bisschen müde. Seit Stunden versuche ich, die auszupowern. Ja, klappt ja wohl wunderbar.